Ich glaube, dass er einfach der geborene Torjäger ist. Wenn man schaut, wie er seine Tore findet, viele sagen immer, der steht immer am richtigen Ort. Aber das ist auch ein Talent, einfach die Rebounds so zu lesen. Und ich sage ja, gerade in dem Bereich ums Tor herum gibt es nicht viele, die wahrscheinlich besser sind in der Liga als er. Und das macht er unglaublich stark. Und deswegen völlig zu Recht jetzt auch eben am meisten Tore für München geschossen. Paxi, herzlichen Glückwunsch. Ist echt eine Wahnsinnszahl. EHC Red Bull München, Top-Torjäger der Franchise. Das sind ja eigentlich so kurzer Zeit, die du hier in München bist, zu schaffen. Ist schon beeindruckend. Hoffentlich sehen wir noch viele Tore mehr von dir. Herzlichen Glückwunsch nochmal.